So, eine wunderschöne Nacht. Wir haben den 17.7. kurz nach Mitternacht. 20 Minuten nach Mitternacht in dem Ort sein. Und ich genieße das Privileg hier gerade als allererstes Vertigo und Overpass testen zu dürfen. Bei mir gab es gerade eine Meldung dafür, dass ich noch ein bisschen was in der Grafikeinstellung geändert habe. Dementsprechend gucke ich einmal nach, dass ich hier alles auf das Schönste eingestellt habe. Das sieht soweit ganz gut aus. Ja, ich darf es nutzen. Was können wir denn jetzt spielen? Im Wettkampf. Overpass. Wingman ist jetzt verfügbar. Adrian, das gilt auch nicht. Wingman ist verfügbar. Wir können es testen. Das wird uns richtig Spaß machen. Im Gelegenheitsspiel Overpass und Avertigo. Im Deathmatch. Overpass und Avertigo. Und das gleiche für Privat. Was testen wir dann aus? Gleich im Wettkampf. Und in dem Moment möchte ich auch noch mal machen. Ich mach einfach mal wieder ein Deathmatch. Ich weiß zwar noch nicht wie die Piana mit einem Aussehen auf der Karte, aber es gibt zumindest für beide Karten Schmeich einen kleinen Blattweg. Ich freu mich. Dann, ja, good luck, have fun. Let's roll. Vertigo ist eigentlich auch eine schöne Karte, haben wir in der Vergangenheit doch mit dem Wettkampf der Mammelie gespielt. Entschuldigung, falls das laut war. Zu viel Rufen an. Dp. Absorben. Dann gehen wir mal los. Am selben Abend, nur später. Schafft man die Kiste, das einfach nicht mehr macht? Das wäre doch bitter. Hübsch. Schaden wieder zu sehen. Wollen wir es probieren? Ja, probieren wir es mal. Interessant. Hätte aber auch noch die zweite Pferde kommen. Das wäre doch mal los. Zu spät gesehen. Hübsch. 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 Nicht mal ne ganz starke Google. Hübsch. 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 Hübsch, op! NOOOO! Aber von vorne und von hinten... Ich hab' nicht... ...einen Schirm gehabt. Knapp! Knapp daneben ist auch dabei. Knapp! Ich bin nicht in der Hübsch noch rum. Wanns gut ist er denn in einem Hübsch noch geübt zu? Das ist auch nicht. Geht doch. Schürt sie. Schürt sie. Nee! Ist nicht. Der Name ist auch da. Los go! War... War ja nicht mal die beste Fassung. Das Hühnchen habe ich. Jetzt nicht. Das auch. Hinter dem Vorhang. Da könnte ich auch mal hingehen. War ich auch noch. Ganz klar. Hat was. Hat er nur drauf gewartet. Guck mal. Da wie daneben. Nein. Sandwich. Zu knapp. Oben rechts war ich. Das hätte ich zielen müssen. Na komm her. Guck mal weg. Da war es ja. Aufhören. Das ist gleich am Anfang. Wer war eh. Oh, naja. Ist er schon weg? Nee. Und das war, don't you go! Schön! Wie schaut's aus? 16 hab ich wenigstens geschafft, dafür 28 mal klarkiert, keine gute Leistung. Oberpass, CT oder T? Wir machen mal CT. Sieht jetzt schon so schön aus, die Fittich haben sie gut überarbeitet. City! An natürlich. Playground! Konfetti! Es ist Konfetti in den Ballons! Wie toll ist das denn? Okay. Oh, hübsch, hübsch, hübsch. Ey! Oh, was ist hier los? Glitzer, Glitzer! Das hat Stil. Zu langsam. Das hab ich wieder verstanden. Dunkel! Okay. Das fand ich zu sein. Schlafen muss ich sogar. Jawel. Na komm! Wo ist er denn? Ja! Okay. Selbst das haben sie auf Deutsch gemacht. Ja, es soll ja angeblich bei Berlin sein, ne? Komm schon! Komm schon! Gehen wir mal zum Platz dazu. Diesmal nicht. Na, da kommt von links aus dem Pit noch einer. Done it! Ich weiß nicht, was das ist. Ich mag's nicht. Da saß er oben! Die Werbung! Die Werbung! Und schlafen wir von hinten. Mannenneten! Das tat weh! Und Natze! Was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Der ist gut! Muss ich ihm lassen! Donald hat's drauf! Dann macht's jetzt nicht los! Das war eigentlich auch voll offensiv. Aber egal! Das wäre jetzt auch gut. Wenn er nicht so toxic wäre. Okay. Diese Wechsel sind... Oh! 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 Na, also! Donald! Nice aim, dude! Oh yeah! No! 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 Donald! Oh, das war'n schöner, schönen Fieser! Oh, das ist ein wunderbarer Schuss, Mann! Oh, das war's! 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 Nice aim, mate! Push that up! Nice aim, mate! Nice aim, mate! Ah! 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 Das Licht, wuuuh! Kein Schaden! Der Move hat keinen Schaden gemacht! Was ist denn hier los? Ah! Ja! Die Limmchen in die Punkte! Ja! 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 Donald! Ich glaub's ja an dich, mein Lieber! Ich lass dir keine Gelegenheit entgegen! Okay! Ja! No risk, Mofan! Aber der war schneller als ich! Ja! Lang war man nicht, ne? Können wir ja mal lang gehen! Guck mal was da! Ein Schuss in den Ofen von Donald! Mit der Pumpe niemals auf diese Distanz! Hm, das klaut! Aber jetzt sind wir wenigstens schon gleich aufgelaufen! Ich hab's immer noch... Oh, was ist denn jetzt los? Was ist denn jetzt los? Was ist denn los? Was ist denn los? Wie lange? Gerade! Warum gucke ich das manchmal so? Habt ihr das auch gesehen? Auf jeden Fall! Hallo! Hallo! Ich kann mich gar nicht entscheiden! Zu viel! Ich kann mich gar nicht entscheiden! Boah, Fass! Ich kann mich gar nicht sagen! Mit 20 Streiten freut sich der Pumpe rücken! Gebt mir doch ne kleine Chance! Aber ihr drückt schon gut! Hübsch! Diegel! Schaut, das ist einer. Hallo, Donald. Oh, Donald. Ich hab die gegeben. Ich hab die gegeben. Thomas, warum krieg ich denn dann die Frau aus? Sie ist unbedingt überhaupt enttäuschend. Ich bin aber auch gerade nicht eine 6. Na? Nein. Nicht so. Nicht so. Nicht so. Ja. Das war Overpass. Cool. Ja, ich danke fürs Zuschauen. Und freue mich vielleicht von irgendeinem Update in der Zukunft auch wieder berichten zu können. Bis dahin, danke. Wenn ihr mögt, lasst ein Like da. Ihr kennt das ja. Und auch ein Abo ist völlig kostenlos. Das informiert euch dann, wenn ihr möchtet und die Glocke aktiviert darüber, insofern ein neues Video vor mir verfügbar ist. Ich danke nochmal fürs Zuschauen ein drittes Mal und wünsche noch einen schönen guten Abend oder wann auch immer ihr das geguckt habt. Peace. Ich danke. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.